Moin Moin, ihr Tschüss und herzlich willkommen zurück zu DOOM. Ah, halt stopp, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wollt erst hier hin. Erst da, dann Edring, Kran zurücksetzen. Tschüssi Kran, Tschüssikowski. Ah, guck mal, jetzt gucken wir hier auch hoch. Oh, hier gibt's überall so, oh, so viel zu entdecken. Es gibt so viel zu entdecken. Oh, ich wollt grad sagen, hätt sich jetzt nicht festgehalten. Hätt's aufs Maul gegeben. Hallo mein kleiner Freund, der Sonne. Hallo. So, was hat man hier? Da haben wir noch gar nichts von. Die Waffen benutzt. Modus um hinein zu zoomen. Okay. Mod, um einen mächtigen Strahl aufzuladen. Okay, das hört sich nice an. Wir nehmen, aber verkürzt aufladen. Was gibt's hier? Trigger die Mod und Raketen. Während des Flugs detonieren zu lassen. Oh, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, wir nehmen aber erstmal, wir nehmen mal hier zum Ranzug. Zum Ranzug. Ah, der kleine Tut mir voll leidig. Oh, ich stehe jetzt mal aufs Maul. Ah, da bist du lang. Okay. Wir gucken jetzt gerade mal. Wir können da lang. Und wir können hier lang. Erstmal hier noch zapp, zapp, genau. Okay, du bist rechts lang. Wir können rechts. Wir können längst belaufen. Erstmal links. Wir laufen erst mal links. Da hab ich gesehen, gibt's ein. Das kann man halt auch durchlaufen. Oh. Bleibst du? Ach Gott, ist man... Oh, die Beine zerfützt. Wollt ihr irgendjemand was sagen von euch? Nein. Das sind wir uns ja vollkommen eine. Ich hör schon wieder überall Geräusche. Hilfe. Was ist wer hier denn? Ja. Okay. Und dann? Oh, das war schon wieder knapp. Hüpp. Hüpp. Oh, das war gut. Hüpp. Und dann? Und jetzt? Sind wir alt ausgeschließen oder was? Explodier! Oh, okay. Das hat viel gebracht. Neh mich gar nichts. Neh mich gar nichts. Oh, okay. Das hat viel gebracht. Oh, okay. Wir haben hier oben was. Das ist schon mal gut. Da oben was zu haben ist immer gut. Ich würde es gerne mehr zu diesem Dings da drehen kommen. Zu der Rubenprüfung da hinten. Das weiß ich aber echt nicht. Ich habe noch keinen Weg gefunden. Das machen wir jetzt mal hier. Ziel schießen. Ja. So viel zum Ziel schießen. Tup, 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 tup. So kann man es auch machen. Was? Oh. Äh, keine Muni. Okay. Was ist das? Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade so schlau war. Aber, aber. Zieh mir durch. Ja, hallo. Ho, ho, ho. Hey. So, weg mit dir. Warte mit dir. Warte mit dir. Hi. Ha, ha, verfehlt. Pop, ab. Ab. Hä? Bist du denn? Mein Freund der Sonne. Ich such dich die ganze Zeit. Da bist du. Hab dich. Bom. Hab dich auch. Okay, wir sind glaub ich. Ein, zwei, das sollte mal ganz kurz wieder. Zwar auf jeden Fall. Ziemlich gut, was wir hier gemacht haben. Aber. Wir gehen trotzdem erstmal hier wieder. Und machen hier mal erst alles fertig. Zap, zap. Oder kommen wir hierher? Hier kann man so verwirrt sein wie ich. Das ist unglaublich. Mal hier lang. Hier kommen wir doch her, oder? Ajo, kommen wir hierher. Als hätten wir doch lange gewusst. Oder hier nehmen. Ach, verwirrt. Dachili is back in town. So, jetzt noch mal kurz die Karte studieren. Hier muss es doch was geben. Gucken wir das kurz mal von der anderen Seite an. Auf eins hoch. Genau. Noch nicht was? Hey, wies mal schnell gehoben. Hui, so. Hallo. Hab dich. Nice one. BAT Auf jeden Fall. Muni. Mehr. Muni. Mehr. Töten. So, nochmal kurz rein tappen. So, das, das, das. Okay, jetzt können wir auch wieder hier hoch. Okay, okay, okay. Okay. Da ist hast. Okay. Wir holen erstmal. Und BATS! Waaah, reiß' mir das Herz aus! Bis statt. Oh, okay. Du warst der falsche Platz. Guck. Au. Okay. Wir machen da gar nicht lang rum. Hans-Peter. So nicht. Hans, das machen was du willst. Du bist der mich jetzt weg. Genau. Du hättest auch die Backen. Oh, fuck. Okay, du bist das. Ah, da ist vielleicht noch was. Hörer. Jawohl, da kommt immer mehr von dem. Das sind die liebsten. Die hab ich am liebsten. Danke. So, dich hab's auch gleich gesehen. Boah, da liegt immer noch. Was? Bam! Okay. Okay. Wollte auch treffen, wenn ich schieße. So. Okay. Endlich. Oh! Das war eindeutig die Fall. Aber... hat sich nicht plantiert. Was? Oh, schade. Speicherpumpf. Ich ging nochmal schnell ausnahmsweise mal. So. Kann ich hier nochmal auf dem Raumschiff machen? Weißt du was versteckt für mich? Mein Freund? Schicke Auspuff, Digga. Okay. Hier gibt's nix mehr. Gibt's irgendwo Muni für mich? Bitte, bitte, bitte. Nein. War anscheinend nicht. Hier hat wohl jemand geütet. Pflanze geht auch nicht. Okay. Also der ist einfach tot oder wie? Ja, schön. Nur um sicher zu gehen. Nur um sicher zu gehen. Du kannst kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Wahre Liebe nennt man das. Das nennt man wahre Liebe. Oh, hier sind wir voll. Haben wir anscheinend auch alles. Okay. Dann mach die Tür auf, sonst gibt's die Wange. Wenn wir noch was vergessen hier draußen. Da oben ist ne Puppe. Habt ihr gedacht, hä? Gut, dass ich meine Karte habe. Boah, Captain America! Nö, Höllenberon. Schade. Dann, lesbisch rein bitte. Ja, äh. Äh. Okay. Fahrstuhl? Nein. Okay. Das hab ich mir fast gedacht. Moment, Moment, Moment. Hier gibt's doch Rüstung. Hier gibt's doch Rüstung. Hallo. oder auch nicht das gibt es nicht der Kuppert ist ein Vorteil danke mein Freund schlieb schlaf gut das sagen die Auff hi wo man ganz kurz aufgeräumt holen hallo bist du ruhig danke ich wusste es bleib gleich oben wo du sagst du laufen darfst ach ich liebe es diese befehlsstimme ruhig dies war ich kleinen augenblick gerade einen kleinen augenblick ich wollte nur gucken ob hier was ist ist aber nichts auf die karte nein da ist nix ok dann ab in den zug und statt ach nö 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 kostenlos Zufall jawohl wir haben es 4 von 5 Mist ja die Ruden prüfen ok die hat uns gefehlt ok 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 machen wir trotzdem mal weiter wir machen weiter machen weiter schon du weißt jetzt wo sich Olympias Privatbos im Lazarus Komplex befinden dort begann die du musst allerdings erst durch den Komplex für fortgeschrittene Forschung um dir in den Lazarus Komplex zu gelangen dazu die Werkzeuge die du unterwegs findest ist alles klar machen wir eine bessere Zukunft ok wir nähern uns dem USC Komplex mit fortgeschrittene Forschung sieht schon hammer aus Zeit dass wir uns persönlich kennenlernen mein Büro ist im zweiten Stock der Penner hockt die ganze Zeit faul in seinem Büro und lässt mich die Arbeit machen das ist eine Ratte den dreht ich in den Arsch wenn ich nicht sehe aber wie der kann sich auf was gefasst machen ok es ist so schön ruhig willkommen bei der USC es ist so schön ruhig es ist angenehm hier bleibt kurz auf die andere Seite gucken ob hier was ist kurz auf die Karte klotzen wir sind du nein da ist nichts gut 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 dann laufen wir weiter nochmal kurz rum in dieser riesigen Einrichtung für Forschung und Design von Produktion wird sonst der Technik eingesetzt vom Prototypen aller Art herzustellen von Robotern überwaffen bis hin zu Raumkommunikationssystem ach jawohl äh danke danke bleiben Sie standhaft die Jungs brauchen ihren Glauben danke ich bleib standhaft mein Freund danke für das Vertrauen in mich so ist hier irgendwas nein nein gut 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 noch mal kurz gucken hier gibt es was Dämonenpräsenz gefährlich hoch das war so klar auch ja ich muss mal kurz guck mal weg ich muss okay danke so gut weiter jetzt können wir auch noch hier Hallöchen ist leider kein Smartmeiter und wir sehen uns nicht mit im zum im 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 ding äh im 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 o oh der macht niggaschen okay da wollen wir nicht sterben nice Zerstör die Kugel! Wir nehmen auf jeden Fall Gesundheit. Danke! In's Bein! In den Kopf! In's Bein! In's Bein! In den Kopf! Ein bisschen Spaß muss man auch haben. In den Bauch! In den Kopf! In den Bauch! In den Bauch! In den Kopf! Gut, jetzt ist gut! Jetzt ist gut! Kopf! Kopf! So, ruhig! Oh! Hi! Das ist doof, ohne Kopf zu laufen, gell? Ich weiß. Versteh dich. Okay, da kann ich wohl nix machen. Wir gehen weiter. Da, da, da. Medizin brauchen wir nicht. Das sieht so weit eigentlich ganz gut. Ach man! Jetzt ist gut! Wow! Olivia! Da haben wir's! Ist doch gar nicht so schlecht aus. Oh, schade für dich! Wollt, Digga! Danke! Wollt, Digga! Danke! Oh! Oh! Hi! Danke! Bin mal kurz weg! Okay! Oh! 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 Nur ganz kurz, danke! Oh! 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 Hups! Wir haben nicht genug Anwärter und ohne Gläubige ist unser Glaube nichts. Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Und was für Arbeiten sind das, Olivia? Ich habe seit Monaten keinen Bericht mehr von deinem Team erhalten, oder? Ich hoffe, du kannst Abstand wahren und die Situation kontrollieren. Natürlich! Ich glaube an unsere Arbeit. Aber, um Fortschritte zu erzielen, müssen wir noch größere Opfer bringen. Das ist kein Vorzeug. Das ist Irrsinn. Der Vorstand hat Verständnis für die spezielle Art von Arbeit, die du hier vorantreifst. Und alle wissen, was diese Opfer für die Menschheit bedeuten. Aber dein Urteilsvermögen ist getrübt. So. Jetzt hat's das. Die Alt. So, das nehmen wir erstmal. Karte. Okay, hier kommen wir irgendwie runter. Hier laufen wir erstmal weiter. Waffen wahrscheinlich. Speicherpunkt. Da hinten die Tür auf. So, kurz raus. Dann würde ich sagen, was das führt, diese Folge oder auch nicht. Doch, sah. Also. Hu! Och, hey. Kinas. Ich wollte doch grad ab, Bruder. Ab, Bruder machen. Gut jetzt. Wie geht's da nicht rein? Nein. So, wir stellen uns mal hier hin. Danke. Zwei Granaten hab ich auch wieder. Nice. Na ja. Dann, wenn's euch gefallen hat, lasst Daumen nach oben da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Doom. Bis dahin, macht's gut. Ciao.